Moinsen wieder ihr lustigen PC-Bauerlis. Hier ist wieder euer Schmucki von Schmuckis Hardware. Wir reparieren wieder. Gerade ist mein OBS abgeschmiert. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Wir haben es schon herausgefunden. Der hat einen kaputten... nein, klar. So, dann machen wir das jetzt ein bisschen einen Schnelldurchlauf. Starten direkt den neuen Tag, hoffen, dass das Spiel diesmal aktiv bleibt. Vielen Dank übrigens, dass alle das letzte Video mit einer positiven Bewertung bewertet haben. Dieser Support hilft mir sehr und hilft euch dabei, weiter meinen qualitativen Content zu bekommen. Also, wer mich kostenfrei vollkommen kostenfrei freiblich unterstützen will, Abo da lassen, Daumen hoch, ist der Daumen oben. Ich will Schmucki euch loben. Haha. Oh, diesmal funktioniert. Sehr schön. Was hattest du? Wasserkühlung. So. Wir drehen erst mal an dich an. Ich doch gerade hier bei dem bin. Weißen Blaulapieren. Das bekommen wir wohl hin. So, noch ein Flatschen drauf spritzen. Das war der, oder? Ja, davon gehört er dazu. So. 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 Das war's für heute. Ach so, er hatte hier diese zwei, ich nehme jetzt eigentlich die hier einfach einsetze. Ja, sehr schön. So schrecklich aus mit den weißen Rändern. Oh, viel besser. Na ja, komm, du bist fertig. Fertig. Sehr schön. So, Hauptplatine mit Wasserkühlung versehen. Das ist so schrecklich. Ich hasse ja die Hauptpartien am meisten, weil das ist einfach so der Endgegner, würde ich sagen. Das ist so schrecklich. Da muss man immer alles dann ausbauen. Immer alles und dann auch alles wieder rein. Und dann ööööööööööö. Oh. Ich dachte, ich hätte einen Ace-Vlog. Nö. Äh, ich schaffe, was da kommt. Da. Ich krieg mir aber kein Zeitlimit, dann ist gut. Ja, ja, komme ich auch. 400 GB Speicher aufrüsten. Hier haben wir was an Sonderwünschen. Da war eine mehr Kapazität. Können wir eine SSD eigentlich optimal nehmen? Warte, wie viele Kalt gibt der? 200 nur? Wir können keine SSD nehmen. Kramp mit Wasserkühlung. Easy. Was hat der denn drin? Ja. Er hat schon eine Wasserkühlung. Sehr schön. Nur den Rahmen. Ja. Verkaufen. Verkaufen. Wieder fertig. Wir haben einfach so viel Kohle. Wir brauchen gar nichts mehr verkaufen. Das ist alles nur noch rein, schack, 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 raus. Rein, schack, 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 raus. In einem anderen Gefühlen, in einem anderen Gewerbe würde man es auch Feierabendverkehr nennen. Ja. Ich fühle mich ja so böse heute. Ja. Gehe ich schon mal mit. Martina. Jetzt aber, oder? Einmal draufspritzen auf die Platine. Und fertig. Gut gemacht. Ja. Dann werde ich wieder fertig sitzen, ne? Kollegisch. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Ich sehe welche Sonderwünsche, Isolive, Wassergepulse, Hauptsartine, nö. Nur noch wieder Rohre setzen. Irgendwohin man, kommt hier was blaues. Was wäre so eine scheiß Gauheiße? Alles Gute, der Arbeit. Ich bin jetzt nicht fertig. Ich bin jetzt nicht fertig. Ich bin jetzt nicht fertig. Ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt fertig. Ich bin ein scheiß Gauheiße. Ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt richtig auf. Richtig hart. Sonderwünsche. Eckenaufkleber. Eckenaufkleber. So, wo bist du? Da. Und nicht auf blau. Wieso stellst du das immer auf blau? Weißt du was, der kriegt hier. Du bist fertig. 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 Lama Ding Dong. Zwei Rieger bitte. Und die alte Schoße, die alten Dinger abkratzen. Füllen mit Muddys Puddermesser wieder. Draufpatschen. Sieht immer so aus, als wenn ich ein Lego City Set zusammenklebe. Der Körper steht fertig. Unterbach. Lobe mich. So. 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 Sonderwünsche. So. 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 Hier. So von hier. Wie, also blöd? Wie, also blöd? Wie, also blöd? Wie, blöd? Und hier ist doch... Und hier ist doch... Eh? Und hier in den Radiator. Hallo? Okay, das ist doch hin. So, noch ein Versuch. Bist du mich eigentlich verarschen heute? Okay. Okay, so. Okay. 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 fühlt sich gerade noch jemand so hart verarscht es ist Bass? Ich verstehe es einfach nicht. Was ich die Pum Pum setzen? Ich verstehe jetzt aber unvollständiger Kreislauf. Ich höre es wahrscheinlich wegen dem hier. Alles angeschlossen. Ich verstehe jetzt nicht. Kreislauf am Arsch. Schätzliche Kühlung. Ich verstehe jetzt direkt System. Mit der Scheiße. Vom Radiator. In den RAM. In den Prozessor. In die Grafikkarte. Das ist kein unvollständiger Kreislauf. Deine Mutter hat einen unvollständigen Kreislauf. Das ist ein kleines Kreislauf. Ich verstehe jetzt noch ein bisschen rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.